Magnesium Phosphoricum Alles, was Sie über Magnesium Phosphoricum wissen müssen, wissen Sie jetzt. Damit das Gelernte sich besser festigen kann, fasse ich in diesem Film das Wesentliche für Sie noch einmal zusammen. Magnesium Phosphoricum ist ein wichtiger Mineralstoff für die gesamte Muskulatur im Körper. Das gilt sowohl für die quergestreifte, also die willkürliche Muskulatur, als auch die glatte Muskulatur im Körper. Und somit für die inneren Organe und die Blutgefäße. Es ist zuständig für die Weiterleitung von Nervenreizen und hier vor allem für die Weiterleitung von Nervenimpulsen auf den Muskel. Als Mineralstoff ist es somit unerlässlich für das Aktionspotenzial des Muskels und somit für jegliche Anspannung, aber auch für die Entspannung. Der Mineralstoff ist hauptsächlich im Blut und in der Muskulatur vorhanden. Es gibt aber im Körper keinen wirklichen Speicher. Deshalb ist es notwendig, diesen Mineralstoff kontinuierlich zuzuführen, entweder in Form von Magnesium oder auch Magnesium Phosphoricum. Ein Mangel an Magnesium Phosphoricum führt immer zu Funktionsstörungen der Muskulatur. Da nahezu der ganze Körper aus Muskelschichten besteht, hat ein Mangel also vielfältige Auswirkungen, die sich vor allem in Schmerzen und Krämpfen äußern. Es kommt zu Symptomen wie Nackenverspannungen, aber auch nächtlichen Wadenkrämpfen. Genauso häufig tauchen Kopfschmerzen oder Migräne auf. Es zeigen sich aber auch Krämpfe in den inneren Organen, zum Beispiel Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe, aber auch Menstruationsbeschwerden. Bei allen schweren Koliken liegt in der Regel neben dem Magnesium Phosphoricum-Mangel auch ein Mangel an anderen Mineralstoffen vor. Menschen mit einem Mangel an Magnesium Phosphoricum sind eher unruhig, umtriebig und sehr schnell angespannt. Es fällt ihnen schwer, zur Ruhe zu kommen, was sich vor allem am Abend und beim Einschlafen zeigt. Häufig bestehen Einschlafstörungen, aber der Schlaf kann auch einfach unruhig sein. Neben den bereits genannten Symptomen kommt es häufig zu Neuralgien, aber auch Kopfschmerzen oder auch Bluthochdruck. Da auch die Blutgefäße von einer Muskelschicht umgeben sind, wird bei einer inneren Anspannung der Druck auf die Gefäße erhöht und so entsteht der hohe Blutdruck. Aber auch bei Heuschnupfen macht sich ein Mangel an Magnesium Phosphoricum bemerkbar, vor allem durch juckende Symptome. Einerseits betrifft das die Augen. Der Patient hat dann das Bedürfnis, die Augen zu reiben. Es kann aber auch den Garmen betreffen oder die Haut. Wenn der Juckreiz die Haut betrifft, hat der Patient nicht selten das Bedürfnis, zu kratzen, bis es blutet. Patienten mit einem Mangel an Magnesium Phosphoricum fallen in erster Linie durch ihre motorische Unruhe auf. Sie können kaum ruhig sitzen, sie nesteln ständig herum und sprechen schnell. Häufig haben sie Ticks oder Zuckungen, die sie selbst gar nicht mehr bemerken. Sie sollten immer auch fragen, ob ein Juckreiz der Haut besteht, ob der Patient sich kratzen möchte. Vor allem sollten Sie in Ihrer Anamnese viel Zeit auf Schlafstörungen verwenden. Diese sind sehr häufig bei einem Mangel. Wenn der Patient Ihnen in der Anamnese gegenüber sitzt, fällt Ihnen bei den Antlitzzeichen unter Umständen auch auf, dass er starke hektische Flecken hat, wenn Sie ihn ansprechen. Diese Röte ist sehr dynamisch. Auch die Kinder neigen bei einem Mangel an Magnesium Phosphoricum zu starker Unruhe. Das zeigt sich vor allem am Abend, wenn die Kinder nicht ins Bett gehen wollen. Es kommt aber auch häufig zu Hyperaktivität, die natürlich vor allem in der Schule zu Problemen führt. Nicht selten werden auch diese Kinder mit der Diagnose ADHS in die Praxis gebracht. Ein Mangel an diesem Mineralstoff lässt sich leicht und eindeutig an den Antlitzzeichen feststellen. Bei dieser alten Dame sehen Sie auch die flächige Röte von einem Mangel an Magnesium Phosphoricum. Gleichzeitig sehen Sie aber darunter die deutlichen Venenzeichnungen, die auf einen Mangel an Kaliumchloratum hinweisen. Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Mangelzeichen nicht verwechseln. In diesem Bildausschnitt sehen Sie die hektischen Flecken. Es ist bei dieser Dame nur ein sehr kleines und begrenztes Areal. Bei manchen Patienten kann sich die flammende Röte über den ganzen Hals hinwegziehen. Bei einem Verdacht auf einen Mangel an Magnesium Phosphoricum sollten Sie immer nach den folgenden typischen Erkrankungen oder Beschwerdebildern fragen. Schlafstörungen, wobei es sich vor allem um Einschlafstörungen handelt. Juckreiz der Haut mit dem Bedürfnis, sich blutig zu kratzen. Heuschnupfen, der vorwiegend mit juckenden Symptomen einhergeht. Hexenjuice oder Ischalgin, schmerzhafte Krämpfe innerer Organe, Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe. Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, aber auch Bluthochdruck. Menstruationsbeschwerden bei Frauen, Neigung zu nächtlichen Badenkrämpfen, aber auch Heißhunger auf dunkle Schokolade oder Bitterschokolade. Fragen Sie auch immer nach Suchterkrankungen, vor allem wenn es zu Frustessen kommt. Eine hohe körperliche Beanspruchung verbraucht auch immer viel Magnesium Phosphoricum. Daher sind vor allem Sportler, Kinder und körperlich arbeitende Menschen von einem Mangel bedroht. Aber auch Menschen, die viel Stress ausgesetzt sind, neigen häufig zu einem Mangel. Stress führt immer zu einer inneren Anspannung und dadurch zu einer hohen Muskelaktivität. Weil heutzutage in der Landwirtschaft viel Dünger und vor allem Kunstdünger eingesetzt wird, enthalten unsere Böden und vor allem dadurch die Nahrung immer weniger Magnesium. Man spricht auch von ausgelaugten Böden, weil sie keine Nährstoffe mehr liefern. Deshalb gibt es immer mehr Menschen, die einen Mangel an Magnesium Phosphoricum haben. Das Schüsselersalz Nummer 7, Magnesium Phosphoricum, wird in der Regel in der Potenz D6 eingesetzt. Sehr bekannt ist es als Heiße 7, für die jeweils 10 Tabletten des Schüsselersalzes in einer Bechertasse heißen Wassers aufgelöst wird. Je nach Bedarf kann das Getränk ein- bis dreimal täglich eingenommen werden. Es kann sein, dass die Symptome durch diese Einnahme sehr schnell und komplett verschwinden. Diese Wirkung signalisiert, dass die Einnahme auch schnell wieder beendet werden kann. In der Regel reichen in Akutphasen 7 bis 10 Tage. Es kann sein, dass die Symptome nur Stück für Stück an Intensität verlieren und manchmal kann es wochenlang dauern, bis sie tatsächlich abgeklungen sind. In jedem Fall sollten Sie Ihren Patienten nach dem vollständigen Abklingen der Symptome auf jeden Fall vier Wochen lang noch die Einnahme des Schüsselersalz Nummer 7, Magnesium Phosphoricum, weiter empfehlen. Es sollte dafür jeden Abend noch eine heiße 7 eingenommen werden. Und je nach Lebensumständen könnte die Einnahme auch dauerhaft erfolgen, wenn das Leben sehr hektisch ist oder der Patient viel Stress ausgesetzt ist. Und wenn das Leben sehr hektisch ist,